Ich bin Michael Hess. Ich bin aus Bern. Von der Euroskills 2018 in Budapest bin ich der Experte im Beruf Trockenbohrgipser. Ich habe zwei verschiedene Aufgaben. Im Vorfeld bin ich der Trainer und unterstütze Philipp beim Trainieren. Ich versuche, Sachen zu optimieren, damit er optimal vorbereitet ist. Während des Wettkampfs bewerten wir am Abend und im Nachhinein und schauen, dass es fair läuft. Auf uns kommt eine intensive Zeit zu. Es ist mehr oder weniger alles neben dem Arbeiten. Aber es ist durch eine gute Planung und Motivation gut machbar. Ich hoffe mir, dass Philipp das, was er trainiert hat, sein Beste abrufen kann. Und dann bin ich auch zuversichtlich, dass es für eine Medaille reicht. Bis zum nächsten Mal.